Heute gibt es leider keinen richtigen Vlog auf Max' Kanal. Findet ihr ein kleines Bonus-Video, falls es euch für Autos interessiert, dann könnt ihr da ruhig mal reinschauen. Ich wollte euch heute einfach nur nochmal sagen, dass wir am Ende unserer Reise nochmal ein Q&A machen möchten. Das heißt, schreibt uns gerne unter dieses Video alle eure Fragen, die ihr habt. Gerne auch unter dem Hashtag FragAnne und Max. Und ja, ansonsten gibt es morgen einen Vlog, in dem ihr erfahrt, wie ich in Gunmar gelandet bin. Bis dahin, ciao!